Solche Balkonkraftwerke wie dieses hier sind super beliebt und das auch zu Recht, denn sie sind ein toller Start in die persönliche Energiewende. Und das Beste dabei, die Sonne stellt keine Rechnung, produziert dann Strom für das Haus oder die Wohnung und man spart ordentlich Geld. Jetzt gibt es aber neue Angebote, die aufpoppen überall und zwar mit solchen extra Speichern wie diesen hier. Jetzt stellt sich aber die Frage, wozu brauche ich denn jetzt extra noch so einen Speicher? Und ich gebe euch jetzt hier alle Infos zu diesem Thema mit dem Speicher und wir rechnen mal durch und beantworten die Frage, lohnt sich sowas überhaupt? Ja, es ist die alte Leier der Energiewende und vor allem der Kritiker, die dann sagen, naja, Windräder nutzen ja nur was, wenn gerade der Wind weht und Solarpanels nutzen ja nur was, wenn die Sonne scheint. Ja, was ist, wenn der Wind nicht weht und wenn die Sonne nicht scheint? Da kommen wir gleich dazu, deswegen zum Beispiel der Speicher. So, ich habe hinter mir jetzt zwei Balkonkraftwerk-Module. Die sind übrigens von Anker, das ist das Solix-System, auch mit dem Speicher. Kann man so fix und fertig kaufen, habe ich euch unten unterhalb des Videos im Beschreibungstext verlinkt. Ich möchte auch Anker danken, die haben mir nämlich das ganze System für diesen Test und für dieses Video hier zur Verfügung gestellt. Das als wichtiger Transparenz-Hinweis und es gibt natürlich viele andere tolle Modelle und Systeme auf dem Markt. Schaut euch da um. Aber wie gesagt, ich mag die Anker-Systeme eigentlich schon das zweite System, das ich jetzt habe. Und jetzt gehen wir mal durch. Das sind hier solche PERC-Module. Es gibt auch IBC-Module, die haben dann nicht diese Metalllinien hier und so weiter. Und das sind jetzt zweimal 540 Watt-Module. Insgesamt 1080 Watt. Das ist schon ganz schön ordentlich. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das? Hier scheint die Sonne drauf, dann kommt da im Prinzip Gleichstrom rein. Und da wir ja in unserem Zuhause Wechselstrom brauchen, geht das Ganze dann an den Wechselrichter. Den sieht man sogar hier an der Seite. Da haben wir so einen Wechselrichter dran. Und dann geht das, der Wechselrichter macht dann den Wechselstrom. Und dann geht dann hier tatsächlich das Stromkabel aus dem Wechselrichter, das ist einfach nur ein Stromkabel, in die Steckdose. Natürlich jetzt hier in meine Außensteckdose. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht so, was, wie? Da kommt doch nur Strom raus aus der Steckdose. Ja, nee, da geht der Strom auch rein. Und physikalisch passiert das alles automatisch. Denn da der Strom immer den kürzesten Weg nimmt, wird praktisch im Haushalt erst der Strom verbraucht, der von den Modulen kommt. Und dann erst nimmt er sich das, was er noch mehr braucht, aus dem Netz raus. Das heißt, das ist schon ziemlich genial. Man senkt halt die Stromkosten, den Strombedarf aus dem Netz. Aber, jetzt kommt das große Aber, jetzt ist es ja so, dass es praktisch immer in Echtzeit läuft. Das heißt also, wenn hier Strom produziert wird, und das ist natürlich tagsüber, wenn die Sonne scheint, ja, dann muss ich natürlich den Strom auch direkt verbrauchen, im Haus oder in der Wohnung. Und da haben wir so ein bisschen so das Problem, weil, gut, bei mir ist es jetzt so, ich habe hier noch Büro und viel Homeoffice und so weiter und so fort. Das heißt, ich verbrauche relativ viel Strom, der auch produziert wird, gleichzeitig auch in dem Haus. Bei den meisten ist das aber nicht so. Bei den meisten ist es so, dass genau in der Zeit, wenn schön die Sonne scheint, der Strom eigentlich produziert wird, benötige ich eigentlich eher ein bisschen weniger. Was läuft ständig? Der Kühlschrank, vielleicht ein paar Standby-Geräte. Ja, so ein paar Sachen laufen natürlich. Aber, naja, der wirklich große Strombedarf findet halt statt, wenn ich dann eben mal den Ofen anmache, den Fernseher, den Computer oder die Spielekonsole oder eben die Lichter. Und wann passiert das? Nach Feierabend in der Regel abends irgendwann zum Beispiel. So, das heißt also genau dann eigentlich, wenn ich den Strom benötige, dann wird er gerade nicht produziert. Und da sind wir jetzt bei praktisch der Lösung mit dem Speicher. Und wenn wir über den Speicher jetzt reden, dann reden wir auch über das letzte fehlende, wichtige Stück, um die Energiewende zu stemmen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen pathetischer auf ein höheres Level. Das heißt also, wenn wir jetzt an zum Beispiel mal Deutschland denken und denken, dass wir eine Energiewende schaffen wollen, dann benötigen wir natürlich Speicher. Es gibt alle möglichen Varianten an verschiedenen Speichermöglichkeiten. Das ist jetzt hier eben ein Batteriespeicher und praktisch die Version für mich privat zu Hause. Und der hat jetzt zum Beispiel hier von Anker Solix 1,6 Kilowattstunden. Das heißt also, wie läuft das jetzt? Es läuft jetzt anders. Das heißt, es geht jetzt nicht aus den Modulen, praktisch der Gleichstrom in den Wechselrichter und dann als Wechselstrom in mein Zuhause, sondern die Module werden praktisch jetzt hier, und da sieht man jetzt hier die Kabel, das ist immer Plus, Minus von einem Modul, nochmal Plus, Minus von einem anderen Modul, gehen praktisch direkt in den Speicher rein. Und dann wird dann praktisch da Strom zwischengespeichert, auch Pufferspeicher, kann man sowas auch nennen. Und dann geht es praktisch aus diesem Speicher mit Plus, Minus wieder raus, dann in den Wechselrichter und der bringt das dann wieder ins Hausnetz. Und das ist praktisch, das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Und das schauen wir uns jetzt auch mal in der App an. Das Gute ist, in dem System von Anker wird direkt praktisch diese Anker-App ja auch mitgeliefert. Und dann verbindet man einmal die Geräte. Ich fand das relativ einfach, ich habe auch schon andere online gesehen, die hatten da ein paar Probleme, da gibt es ein paar Firmware-Updates und sowas. Bei mir hat es alles einwandfrei geklappt, müsst ihr mal schauen eben. Und da sieht man praktisch immer in Echtzeit, das ist schon echt richtig cool, das macht auch ein bisschen süchtig. Ich habe das System jetzt erst so knapp drei Tage am Laufen. Wie viel Strom aktuell erzeugt wird, das seht ihr hier links oben, jetzt 119 Grad, 119 Watt. Jetzt gehen gerade 21 Watt in den Speicher und 98 Watt zu mir ins Hausnetz. Das kann man jetzt natürlich genau einstellen. Und da ist auch ein bisschen die Krux, da muss man halt auch mal ein bisschen seine eigenen Werte finden, weil das ist jetzt nicht so, dass der Speicher automatisch weiß, hey, da wird jetzt Strom benötigt, dann liefere ich den mal, sondern man muss dem praktisch sagen, wie viel Leistung er in das Hausnetz einspeist. Und dazu muss man natürlich wissen, wie viel man zu Hause denn eigentlich benötigt. Ich würde mal empfehlen, zum Beispiel an den Kühlschrank vielleicht mal so ein Messgerät dran zu machen, um herauszufinden, wie viel verbraucht er denn einfach regelmäßig. Dann weiß man schon mal, okay, das ist eine gewisse Grundlast. Und dann muss man praktisch die eigene Grundlast herausfinden. Man kann allerdings hier nicht unter 100 Watt gehen. Also ich kann jetzt mal reingehen und sagen, hier von 6 bis 18 Uhr, da kann man dann genau einstellen per Uhrzeiten und so weiter, praktisch so einen kleinen Zeitplan machen, wann der was machen soll. Und dann sehen wir jetzt hier, zwischen 6 und 18 Uhr soll der jetzt 100 Watt in das Hausnetz einspeisen. Dazu wäre es aber auch wichtig, dass auch immer in dem Zeitraum die 100 Watt auch benötigt werden. Alles, was dann praktisch, angenommen, ich verbrauche gerade im Haus nur 50 Watt, er speist aber 100 ein, dann verpuffen im Prinzip 50. Also die gehen dann auch ins allgemeine Stromnetz, aber davon haben wir ja dann nichts. Und das wäre ja schon wichtig auch für die Rechnung, weil wir ja möglichst mit dem Speicher praktisch die Ausbeute an dem Strom erhöhen wollen und möglichst viel für uns nutzen wollen, um eben die eigene Stromkostenrechnung zu senken. So, jetzt kann ich dann einstellen hier, aber auch, machen wir das einfach direkt mal, zack, ich gebe nichts aus. Ich möchte, dass der Speicher jetzt geladen wird. Es dauert immer ein bisschen, weil jetzt wird ja praktisch, jetzt wurden ja praktisch alles über 100 Watt, also 100 Watt soll ja nur ein Stromnetz gehen, in den Speicher eingespeist, um den wieder aufzufüllen. Er ist ja nur bei 43 Prozent. Was haben wir jetzt hier, 14 oder 46? Gut, ich habe ein bisschen rumgespielt, das ist jetzt nicht super repräsentativ. Es ist auch Anfang März, wenn wir das hier aufnehmen oder Mitte März. Und das ändert sich natürlich auch die Jahreszeiten. Und das ist natürlich ganz wichtig auch, aber wir gehen mal gleich bei der Rechnung nochmal ein, dass das hängt natürlich auch massiv davon ab, wo steht, wo stehen diese Module? Wie sind die ausgerichtet? Ist da eine Schattierung dran? Etc. pp. Und die Module habe ich jetzt natürlich einfach mal hier so in den Garten reingestellt. Aber es ist jetzt natürlich nicht das Allerbeste, dass dann die Module einfach hier die schöne Gartenfläche blockieren. Also das heißt auch Balkonkraftwerk, das heißt im besten Falle kann man das auch an den Balkon ranhängen. Hat man natürlich wieder einen anderen Winkel. Wie gesagt, das rechnen wir gleich mal aus. Man kann es vielleicht auf den Carport stellen. Mein Carport habe ich auch, der ist aber leider sehr schlecht ausgerichtet. Das werde ich vielleicht auch nochmal testen in einem anderen Video. Am besten stellt man es natürlich auf einen Flachdach oben drauf mit einer schönen Ausrichtung. Habe ich hier zum Beispiel auch, ja, könnte ich mal machen. Jetzt muss ich die aber natürlich auch nach oben verfrachten und so weiter. So und jetzt habe ich zum Beispiel eingestellt, jetzt wird nur der Speicher geladen. Also da muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Sieht man mal so mit den drei Tagen, die ich hier damit ein bisschen rumgespielt habe, habe ich jetzt knapp vier Kilowattstunden erzeugt. Bei einem Strompreis von 30 Cent die Kilowattstunde werden das jetzt 1,20 Euro Gewinn. oder natürlich dann eben Amortisierung für das Gesamtsystem. Und wie gesagt, ob sich das Ganze dann wirklich alles lohnt, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Wir machen also die Rechnung auf und da fange ich jetzt nicht an, wild was selber zusammenzurechnen, weil da gibt es schon einige Fallstricke, sondern ich kann jedem von euch nur empfehlen, schaut auf die Webseite der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin. Ja, wir sind übrigens auch aus Berlin. Liebe Grüße gehen da auch an den lieben Professor Volker Quaschning, der macht da eine tolle Arbeit. Und da kann man sich das alles mal ausrechnen. Die haben sich extra so einen Stecker-Solar-Simulator hier vorbereitet, übrigens komplett kostenlos, steht für jeden zur Verfügung. Man kann hier so schön dran rumspielen, wenn einem das Thema interessiert. Also als erstes mal den Stromverbrauch. Ich mache jetzt einfach mal mein Beispiel und danach rechnen wir nochmal ein Beispiel, das vielleicht ein bisschen schlechter ist, damit man mal einen Vergleich hat. Also wir sind jetzt hier drei Personen im Haushalt, ein Einfamilienhaus. Ja, wir haben einen hohen Stromverbrauch von 5500 Kilowattstunden pro Jahr. Ich lade auch noch ab und zu ein Elektroauto hier. So, dann gibt man das hier ein und sagt, okay, Balkon oder Schrägdach oder Aufständerung. Ich habe ja jetzt eine Aufständerung im Garten gerade demonstriert und da ist gerade der Anstellwinkel 30 Grad. Den kann man hier noch ein bisschen verändern und sieht dann immer unten direkt in den Zahlen, wie sich das Ganze dann anpasst. So, aktuell sind die Module so, wie ich sie im Garten aufgestellt habe, aber wie sie ja auch nicht bleiben sollten, weil die müssen schon irgendwo hin, wo sie nicht im Weg rumstehen. Aber so wäre es jetzt gerade Südostausrichtung, was natürlich schon ganz gut ist. Ich konnte natürlich im Garten so platzieren, dass es passt. Diese Möglichkeit hat man nicht immer so einfach und das macht auch viel aus mit der Ausbeute. Wie gesagt, wir machen gleich nochmal eine zweite Rechnung. Da seht ihr nochmal, wie es im schlechteren Fall aussieht. So, dann auch die Verschattung ist auch gar nicht so unwichtig. Also ich habe jetzt hier ja schon eine leichte Verschattung durch Bäume und Sträucher drumherum. Man kann aber auch noch hier auf eine mittlere Verschattung oder eine starke Verschattung gehen. Ist ja auch schwierig, das einzuschätzen. Aber ich würde jetzt sagen, bei mir ist es eine leichte Verschattung. Und dann kommen wir hier jetzt zum Netzbezugspreis. Also man braucht ja, um das auszurechnen, eine Referenz. Wie viel zahle ich eigentlich für meine Kilowattstunde für meinen Strom und wie viel spare ich ja dadurch. Und ich sage jetzt mal, umso teurer ich den Strom beziehe, umso mehr spare ich natürlich, umso schneller. Ich habe jetzt da mal 30 Cent die Kilowattstunde genommen. Ich glaube, das ist gerade so ein relativ realistischer Durchschnittspreis. Ja und ich weiß, je nachdem, wann ihr das Video jetzt hier anschaut und in welcher Region ihr wohnt, kann das natürlich auch nochmal in andere Richtungen gehen. Es geht vielleicht auch mal deutlich unter die 30 Cent, vielleicht geht es auch mal über die 30 Cent. Man kann hier natürlich dann auch eine Strompreisänderung prozentual pro Jahr mit einkalkulieren. Könnte man jetzt sagen, naja, der steigt ja tendenziell um 5 Prozent pro Jahr oder vielleicht sinkt er auch. Ich habe es jetzt einfach mal auf 0 Prozent gelassen, weil ich möchte es jetzt nicht zu kompliziert machen. Aber da sieht man schon, finde ich, wie viel Stellschrauben es da gibt. Und die haben alle natürlich auch eine Auswirkung dann darauf, ob es sich lohnt oder nicht. So, wir betrachten jetzt mal 15 Jahre, Batteriespeicher, ja, konnte ich ja anhaken, habe ich. Da konnte ich jetzt höchstens nur 1500 Wattstunden einstellen, weiß gar nicht, wieso man da nicht mehr machen kann. Das passt aber eigentlich ganz gut, weil der hat ja 1600 Wattstunden, also 1,6 Kilowattstunden der Speicher, den ich habe. Aber, ganz wichtig, man kann den immer nur bis zu 10 Prozent nutzen. Also, sobald der bei 10 Prozent Kapazität ist, dann liefert der keinen Strom mehr, damit er nicht in die Tiefenentladung reinkommt. Sonst geht eventuell auch der Speicher kaputt. Auch übrigens wichtig, den Speicher, den ich hier getestet habe, ist ein Lithium-Eisenphosphat-Speicher. Der hat 6000 Zyklen, die der auf jeden Fall durchhält. Jetzt muss man sich auch mal ausrechnen, ja. Wenn wir jetzt sagen, 300 Zyklen pro Jahr und das Ganze 6000 Mal, ja, da kann man auf jeden Fall damit rechnen, dass der Speicher 20 Jahre hält. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Ich glaube schon. So, also das sollte, der hat ja auch eine gewisse Garantieleistung und so, das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Und deswegen, man kann, wie gesagt, diese unteren 10 Prozent eh nicht nutzen. Deswegen sind die 1500 da realistischer, genauer, glaube ich, 1440. So, der Batteriepreis ist jetzt hier 700 Euro. Also, wenn ihr euch die Angebote mal anschaut, wie gesagt, die verändern sich auch ständig. Aktuell gibt es irgendwie so einen richtig guten Frühlings-Sale. Da zahlt man für die ganze Anlage mit allem drum und dran. Und das sind auch die Preise, die ich hier eingetragen habe. Also, die zwei Module mit Aufständerung, also so wie ich sie jetzt hatte und dem Speicher für 1400 Euro. Schaut euch das, wie gesagt, an oder vergleicht es nochmal. Das müsst ihr dann für euch ja wissen, ob das für euch das Richtige ist oder nicht. So, ich rechne es jetzt halt eben halt mit diesem System durch, weil das ist das, was ich jetzt eben auch gezeigt habe. So, jetzt nicht irritieren lassen. Hier links ist einmal, der zeigt ja ein Modul, das sind aber zwei, mit 1080 Watt, weil es ja zwei 540 Watt-Module sind. Also, insgesamt ist die Systemleistung 1080 Watt. Und hier auf der rechten Seite das einmal mit Speicher. Das ist ganz interessant. Auch nochmal ein wichtiger Punkt, jetzt ist hier der Wechselrichter auf 600 Watt eingestellt. Ja, und das ist auch aktuell laut dem Gesetz so, dass man eben nur mit 600 Watt in das Stromnetz einspeisen darf. Das hätte sich jetzt eigentlich schon seit Anfang 2024 auf 800 Watt optimieren und upgraden lassen. Das Problem ist nur, da gab es Probleme. Könnt ihr euch auch nochmal im Netz umschauen. Das ist leider echt total ärgerlich, dass da irgendwie das leider noch nicht gesetzlich durchgegangen ist, dass das auf 800 Watt geht. Und weil eigentlich der Wechselrichter, den ich euch gezeigt habe, der hat schon 800 Watt. Und der lässt sich dann einfach in der App per Software-Update mit einem Tipp von 600 auf 800 Watt sozusagen freischalten. Aber da der Gesetzgeber das ja noch nicht freigegeben hat, haben natürlich auch die Hersteller das noch nicht freigegeben. Also, da verpufft die ganze Zeit erneuerbare Energie im Nichts. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Also, hier kosten jetzt praktisch die Module die zwei 700 Euro, wenn man jetzt nur die Module kauft. Und hier oben seht ihr, der Speicher sind nochmal 700 Euro, dann sind wir bei 1400 Euro. Und jetzt sind wir hier bei dem spannenden Ergebnis. Wie gesagt, aus einem Modul macht ihr jetzt mal gedanklich zwei Module. Und das Ganze hier links ist ohne Speicher. Also, die 1080 Watt aus den Modulen, die dann 700 Euro gekostet haben. Oder da könnt ihr natürlich eintragen, was ihr für irgendwelche Module bezahlt habt. So, die hätten eine rein theoretische Stromerzeugung von 903 Kilowattstunden im Jahr. Also, das wäre so das, was über die Module machbar ist mit der Aufstellung und den Bedingungen, die ich gerade eingegeben habe. Und wenn ich jetzt keinen Speicher habe, ist das interessant, dann hole ich da 734 Kilowattstunden raus mit meinem aktuellen Stromverbrauch. Das sind praktisch 81 Prozent der Strommenge insgesamt. Also, verpuffen da praktisch die 19 Prozent. Wenn ich jetzt aber einen Stromspeicher habe, dann hole ich da 861 Kilowattstunden raus und nutze damit 95 Prozent der erzeugten Energie. Also, schon sehr weit an den 100 Prozent dran. Das heißt, ich komme dann mit einem Speicher auf eine Selbstversorgung von 16 Prozent. Das heißt, ich habe echt einen hohen Stromverbrauch hier. Und 16 Prozent des Stromverbrauches, den ich insgesamt für ein ganzes Jahr zu Hause brauche, kommt dann nur aus diesen zwei Modulen. Das ist schon richtig cool. Und das ist dann eine jährliche Ersparnis mit Speicher von 258 Euro und ohne Speicher von 220 Euro. So, und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Ich mache das mal hier, ich gebe das mal hier vor. Eine Armortis... Arm... Was für ein Wort, ne? Ist wirklich arm von mir. Amortisationszeit des gesamten Systems. Also, wann habe ich mein Geld? Ich muss ja diese 1400 Euro in dem Fall ja erstmal bezahlen und das soll ja wieder zurückkommen. Habe ich nach sechs Jahren mit Speicher wieder drin, ohne Speicher, sogar schon nach vier Jahren. Die vermiedenden CO2-Emissionen da unten in Kilogramm, die sind nochmal ein ganz eigener Aspekt, der nochmal obendrauf kommt. Ich will jetzt bewusst ja, weil die meisten, ja, müssen natürlich auf ihren Geldbeutel schauen und kann man sich sowas leisten, lohnt sich sowas. Ihr spart natürlich auch ordentlich, vermeidet CO2, macht was Gutes für die Umwelt. Aber wie gesagt, den Aspekt legen wir nochmal beiseite, der sollte hoffentlich jedem klar sein. Vier Jahre ohne Speicher, nach sechs Jahren mit Speicher. Also, es lohnt sich beides in meinem Szenario absolut. So, und das Krasse ist, die halten ja viel länger, ne? Also, zum Beispiel die Module, die ich euch gezeigt habe, da gibt es eine Garantie von zwölf Jahren da drauf. Auf den Speicher gibt es, glaube ich, zehn Jahre. Also, schaut euch das nochmal ganz genau an in den Bedingungen oder in dem Fall zum Beispiel bei dem Anker-Solix-System. Das steht alles ganz genau auf der Webseite von denen. Aber man kann hier davon ausgehen, sagt der Rechner, dass man in der Lebenszeit dieses Systems 3876 Euro hier mit Speicher praktisch, ja, sich reinholt. Und wenn man jetzt überlegt, dass man 1400 Euro dafür mal gezahlt hat und 3800, runden wir das jetzt mal auf 3850 ab, ja? 3850 Euro wieder reinholt. Dann könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, also, es ist viel Geld, dass man dann praktisch obendrauf, nachdem sich das System dann eben schon bezahlt gemacht hat, produziert man ja jede weitere Kilowattstunde ja im Prinzip komplett kostenlos, weil das System ja dann abbezahlt ist. Also, das ist schon richtig krass. Aber, jetzt möchte ich hier nicht irgendwie, oh, es ist alles schön und alles toll und immer geil, euch hier vorrechnen, sondern wir machen jetzt nochmal eine andere Rechnung auf. Jetzt habe ich mal eine ganz andere Person genommen, also, mein lieber Producer, der hinter der Kamera sitzt zum Beispiel, der ist jetzt Single, ja, ich weiß, Bewerbungen übrigens, nein, Quatsch. Also, Single, wohnt in einer Wohnung, in keinem Einfamilienhaus und dann sagt der Rechner hier, wusste jetzt leider seinen Verbrauch noch nicht ganz fürs Jahr, weil er ja frisch eingezogen ist. Also, das ist wirklich ein echtes Beispiel, 1500 Kilowattstunden pro Jahr. Das ist natürlich ein ganz anderer Verbrauch als den, den ich gerade bei mir hatte, in meinem Einfamilienhaus mit den drei Personen. Und, jetzt kommt auch ein ganz wichtiger Punkt, jetzt ist hier natürlich das Ganze an den Balkon gehängt. Das heißt ja, Balkonkraftwerk. Das heißt also, das kann man vielleicht nicht cool irgendwo immer aufständern oder sowas oder immer perfekt aufs Schrägdach ausrichten, sondern, ja, der hängt dann halt so am Balkon. Was soll daran so schlecht sein? Naja, da seht ihr jetzt hier, der Anstellwinkel ist jetzt hier 90 Grad. Die gehen ja im Prinzip so gerade am Geländer des Balkons vorne runter und das ist halt eben nicht optimal. Besser wäre schon, dass man ein bisschen sozusagen, na, der Sonne da entgegenkommt vom Winkel. Aber so ist das eben. Das wäre jetzt der Gegenentwurf und der hat jetzt eben nicht eine schöne Südost- oder Südwestausrichtung, sondern der ist jetzt halt eher Nordost, also nicht so die optimale Ausrichtung. Und der hat keine leichte Verschattung, sondern der hat eben eine mittlere Verschattung. Da ist eben noch ein bisschen mehr davor und schon wird die ganze Rechnung, na, gleich nochmal deutlich schlechter. Der Rest bleibt ja im Prinzip. Wir gehen hier auch von den gleichen Strompreisen aus, damit wir das alles vergleichen können. Der Speicher ist der gleiche, es kostet alles gleiche, die Module sind die gleichen, ja. Aber eben das Szenario ist ein ganz anderes. Verbrauch ist anders, Aufstellwinkel ist anders, Ausrichtung ist anders. So, und dann sehen wir gleich, was das ausmacht. Und da seht ihr gleich einen drastischen Unterschied. So, hier sind jetzt die Ergebnisse natürlich andere. Jetzt erzeuge ich hier, ja, die 385 Kilowattstunden pro Jahr. Da sieht man auch schon, krass, oder? Wie durch eine andere Ausrichtung und einen anderen Verbrauch und eben ein anderer Winkel, da so weniger, so viel weniger Kilowattstunden bei rumkommen. Der Nutzungsgrad ist mit dem Speicher hier bei 92 Prozent und ohne Speicher nur bei 59 Prozent. Da sieht man also auch wieder, durch den Speicher holen wir hier deutlich mehr raus, weil er ja eben als Single-Haushalt ist, den Tag über nicht zu Hause und so weiter, ja. Mit einem geringeren Verbrauch auch nicht so viel direkt aus dem Modul nutzen kann, sondern der Speicher ist natürlich da schon irgendwie sinnvoll. Mit Speicher, Max übrigens, kannst du 24 Prozentig selbst versorgen. Also ein Viertel der gesamten Energie im Jahr könntest du mit dem, das ist schon irgendwie cool, oder? Ja, das ist ja nochmal eine andere Ebene, so dieses Persönliche, was das mit einem macht, dass man weiß, man guckt auch immer die App rein, ja, oh, wie viel produziert es gerade, wie viel habe ich gespart? Das ist nochmal eine ganz andere Ebene. So, die jährliche Ersparnis wäre mit Speicher bei 106. Ihr könnt ja immer, ne, jederzeit anhalten und das vergleichen im Video hier, die Ergebnisse. So, und das ist jetzt interessant, eine Amortisationszeit. Ach, ich habe es richtig ausgesprochen. Sag mal, jetzt schnell zehnmal hintereinander, Amortisationszeit, Amortisationszeit, Amortisationszeit. So, dann weißt du mal, wie schwierig das ist. So, nach 14 Jahren, jetzt habe ich ja gesagt, wir gehen in die Garantiezeiten so auf 15 Jahre. Jetzt sind wir dann nach 14 Jahren sozusagen auf dem Return of Invest, wie der gepflegte Businessman so sagen würde. Das heißt also, ja, da passt es gerade noch so rein. Das heißt gerade noch so, dass man sagen kann, innerhalb der Garantiezeiten und so, dass wenn da dann auch immer was kaputt geht, sollte eigentlich nicht passieren, aber kann natürlich immer passieren, dass ich dann eben noch ein Austauschgerät oder sowas bekomme und dann nicht wieder neue Kosten habe, weil sonst geht natürlich die ganze Rechnung den Bach runter. Das heißt, es ist gerade noch so und ohne Speicher nach elf Jahren. Also das muss man sich halt dann auch wieder persönlich eben überlegen. In jedem Fall, in beiden Szenarios geht es auf, ohne Speicherszenario, in seinem Fall jetzt eigentlich relativ entspannt. Und mit Speicher, ja, wie gesagt, gerade so. Aber man muss übrigens davon ausgehen, wenn man sich diese Garantiezeiten anguckt, der Hersteller, dann sagen die im Prinzip, dass die garantieren, dass in der angegebenen Garantiezeit noch 70% oder mehr des Speichers zur Verfügung stehen. Ja, weil in der Regel degradiert so ein Speicher. Das heißt also, er funktioniert nicht einfach perfekt und dann macht es plötzlich Puff und dann funktioniert er nicht mehr, sondern der Regel, das kennt ja eigentlich jeder, der so mit Akkus, Batterien zu tun hat, die degradieren. Das heißt, die gehen Stück für Stück, verlieren die an Leistung. Und auch wenn man eben noch 20 oder 30 Jahre das Ding laufen lässt, dann hat man halt vielleicht auch irgendwann nur noch 60% des Speichers. Deswegen ist der ja nicht plötzlich weg. Und da kann ja trotzdem noch ein Teil genutzt werden, halt eben nicht mehr ganz so viel Kapazität. So, das heißt also, in seinem Fall ist es jetzt schon so, dass er wahrscheinlich ein bisschen rumüberlegen wird und sagen wird, ja, okay, passt gerade noch, aber ist jetzt nicht so eindeutig wie in meinem Fall. In meinem Fall würde ich sagen, ey, sofort losgehen, kaufen. Natürlich dann nochmal Preise vergleichen und das richtige Systemverein finden. Aber in seinem Fall wäre es halt so, ja, doch, hau dir so Module dran. Das ist auf jeden Fall gut. Ob du einen Speicher noch dazu brauchst, musst du nochmal überlegen, weil er hat jetzt auch keinen so großen Balkon und Speicher nimmt ja noch ein bisschen Platz weg. Das, wie gesagt, muss man sich dann nochmal überlegen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen besseren Eindruck davon bekommen und auch eben vor allem hier jetzt unbedingt den Link packen wir euch natürlich unten auch in den Beschreibungstext von diesem HTW-Rechner hier. Probiert das doch einfach mal ein bisschen aus und überlegt auch mal. Es gibt übrigens auch eine coole App, die könnt ihr euch auch nochmal reinpfeifen. Sun on Track heißt die, verlinke ich euch auch nochmal unten rein. Kriege ich auch nichts dafür. Mache ich einfach nur so einfach gerne als Tipp, weil da kann man immer gut schauen, wie praktisch die Sonne gerade steht und wie der Sonnenverlauf ist. Das heißt, da könnt ihr einfach mal schauen, hm, wo bei mir könnte ich denn so ein Balkonkraftwerk irgendwie aufstellen oder hinhängen und dann schaut ihr in der App, hm, 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 okay, so ist der Sonnenverlauf. Dann könnt ihr in dem Rechner dann entsprechend diese Daten eingeben, müsst vielleicht nochmal ein bisschen Eindruck bekommen oder in eine Stromrechnung reinkommen, was so ein Stromverbrauch ist. Und dann kann man eigentlich relativ schnell herausfinden, ob sich das Ganze lohnt. Und in den meisten Fällen tut es das. Also los, auf geht's, los rechnen, los schauen. Dann nochmal, wie gesagt, die Systeme euch anschauen. Und ich kann es nur nochmal erwähnen an der Stelle, ich bin sehr glücklich bisher mit den Anker-Systemen. Alles, was ich ausprobiert habe, fühlen sich sehr hochwertig an. Schaut deswegen unterhalb im Beschreibungstext nochmal auf den Link. Da gibt es gerade eine schöne Sale-Aktion. Ich würde euch auch empfehlen, auf jeden Fall in so einer Aktionszeit zuzuschlagen. Und ja, dann bin ich gespannt auf eure Rückmeldung, eure Kommentare. Schreibt mir mal, was ihr für Erfahrungen gesammelt habt. Dann sehen wir uns bald schon wieder. Bis dann. Tschüss.